Total skurril am Fußball, was Nagelsmann am nichtgegebenen Elfer stört. Gastgeber Deutschland traf im Viertelfinale der Europameisterschaft auf Spanien und verlor. Besonders eine Szene aus der Erweiterung sorgte für Diskussionsstoff. Bundestrainer Julian Nagelsmann gab seine eigene Meinung zum Scheitern des Handelfmeters ab. Kommentar Gastgeber Deutschland traf im Viertelfinale der Europameisterschaft auf Spanien und verlor. Besonders eine Szene aus der Erweiterung sorgte für Diskussionsstoff. Bundestrainer Julian Nagelsmann gab seine eigene Meinung zum Scheitern des Handelfmeters ab. Im Fokus, Schiedsrichter Ensenitele.Imago Bild in der 106. Im Fokus, Schiedsrichter Ensenitele. Minute am Freitagabend war im Stuttgart der Stadion ein kollektiver Protest zu hören. Jamal Musiala schoss aus der zweiten Reihe, und Chelsea's spanischer Linksverteidiger Mark Kukurela schoss einen kraftvollen Schuss ins Tor. Schiedsrichter Ensenitele schaute sich die Situation genau an und deutete sofort an, dass das Spiel weitergehen sollte, und Deutschland drängte weiter nach vorne, kassierte aber leider in der 119. Minute ein entscheidendes 1 zu 2 Gegentor gegen den ehemaligen Dortmunder Stürmer Mikel. Selbstverständlich hat dies zu einer intensiveren Diskussion über Strafraumszenen geführt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine eigene Meinung zur Situation, die er in der ARD dargelegt hat. Seit Jahren versuche ich den Schiedsrichter Bewertungen aller Art zu erklären, warum wir in keiner Handball-Situation die Handlung bewerten. Begann er und fügte hinzu, wenn Jamal in die Mitte geschossen hat, möchte ich dafür keine Strafe bekommen. Auch Kukurelas Handspiel sei nicht so unnatürlich gewesen. Aber wenn der Ball ins Tor geht, stoppt er ihn mit den Händen. Es ist einfach eine Tatsache, sehen Sie. Er macht es nicht mit Absicht, aber es spielt keine Rolle. Vergleich mit Runde 16 Nagelsmann hält es für ziemlich seltsam, dass im Fußball die Absicht einer Handlung mit Null bewertet wird. Es geht vielmehr einfach um die Frage, ist der Ball jetzt in ihren Händen? Deutschlands bahnbrechender Elfmeter gegen Dänemark im Achtelfinale Als der unglückliche Joachim Andersen nach einer Flanke den Ball mit ausgestreckter Hand erhielt, wurde für Nagelsmann deutlich gemildert. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum wir das nicht in den Fußball integrieren können. Indem wir nach 48.000 Wiederholungen bewerten, wohin der Ball geht, schlussfolgerte der Nationaltrainer. Aus regeltechnischer Sicht war Thälers Entscheidung gerechtfertigt. Es war offensichtlich, dass Kukurela keine Absicht hatte, und der defensive Schachzug kann als natürlich angesehen werden. Doch Deutschlands Proteste sind verständlich, weshalb Nagelsmann trotz der Ereignisse vom Freitagabend eine Regelreform forderte.